Sie wissen immer, dass alles besser geht. Wow! Und es riecht so frisch nach Holz. Buenas! Heute haben wir Dienstag, 7. März. Ganz, ganz viel passiert. Letztes Mal war es Samstag und wir haben permanent Regen gehabt. Ich war dreimal nass, zweimal vom Regen, einmal verschwitzt. Ich habe dann ja irgendwann abbrechen müssen gegen Mittag. Die Jungs haben wir weiter geschafft. Die Palmen sind drin an der Straße. Heute kommt die andere Lieferung von der Pflanze. Das ist jetzt was wir jetzt besprechen. Und der Ritter ihrer Dach ist fertig, soweit ich das gesehen habe. Ihr habt es jetzt mal mitgenommen mit den zwei Mädels. Dass sie auch mal gucken dürfen. Und mal mitbestimmen wohin. Dass die Pflanze gepflanzt werden. Und ja, gucken wir mal. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Jetzt fahren wir noch. Oh, da sieht man es ja schon, die ersten Palmen. Ja, da steht sie. Die Strasse wird noch gemacht. Soll dieses Jahr gemacht werden. Super! Da steht im Pflanze eine Frau. Da sind sie gerade. Oh, ist das ein Beinchen? Oh, schön. So. Toll. Wow. Okay, sind noch Köpflanzer da? Aber guck mal wie schön das aussieht. Wow, guck mal Mama! Ja. Sieht man nicht? Toll! Ach du, Karine. Wahnsinn! Toll. Wow. Ganz anderes Bild wieder. Ja. Toll. Wollen wir auch mal durchfahren? Ja. Nehmst du das? Ich fahre durch. Komm gleich. Wir fahren. Geil. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Die habe ich jetzt mit einem Bambus fixiert. Ja. Fixiert, ne? Die ersten drei Monate. Ja. Wollen wir mal, wie toll es aussieht. Wow. Wir wissen, oder? Sind wir gerade wieder? Ja. Wow. Wow. Wir haben heute was Krieg vom Gettner. Viviero. Familia. Raúl. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und da haben wir jetzt unsere Lieblingsbäume. Apachos in verschiedener Farbe. Und die werden jetzt dann zwischen dieser Palme, also hier auf dem Eingangsbereich, dann bis zu der Palme dann hier zwischendrin eingepflanzt. Dann haben... Dann hat er alle andere Pflanzen auch schon dabei. Das heißt die Kokospalme und Zitruspalme. Und da haben wir jetzt Amarillo, Gelbe, Weiße. Ich weiß nicht. Wir haben ja gedacht, dass wir die Paraguayische Landesfarbe hierher machen. Aber wir nehmen hier Sandarita dazu. Die Pflanze Sandarita. Der Juan soll es einfach so machen, wie er denkt. Das ist jetzt Weiß. Das ist Weiß und das ist Geld. Fangen wir mit Weiß an. Fangen wir mit Weiß an. Dann lasse ich jetzt mal die Drohne steigen. Dann laufen wir mal rüber. Der Cesar verbrennt hier jetzt die ganze Liane. Richtig schon sauber. Und die Isolationsfolie haben sie drauf. Die Querladung, die Sekunderladung ist auch angebracht. Ich sage erst guten Tag schnell. Und das Holz ist auch schon drauf. Das ist klar. Auf einmal. Das ist das. Session. Guten Tag! Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, und da haben wir jetzt die Kokospalme von Brasilien, Apfel, Birne, SS, Naranja, Okay, also Orange, Zitrone und Limete. Limon Amarillo y Verde, oder? Limon Amarillo y Verde. Und das ist die Grafenfrucht, das hier unter. So, und dann haben wir Mango. Es ist Mango, oh? Mango. Pitaya, Mango, Acerola, Perra, Perra und Manzana. Und die Papaya von Brasilien ist eine Falte, oder? Nein, es ist eine Liste. Nein? Papayas von Brasilien? Nein. Ja, ich spreche hier. Nein, Bruder. Na, wirklich? Nein? Papayas? Nein, ich habe eine Idee. Nein, wir sprechen, dass er es mir ist. Nein, nein. So, wir haben jetzt gerade gesprochen, wohin, dass die Pflanzen kommen. Also die Kokospalme kommen jetzt doch nicht runter, sondern die wären hier oben dann eingepflanzt. Und der Mango, Mango, innen, gell? Er muss zehn Meter, zehn Meter Abstand haben zu anderen Pflanzen, weil der, ja, viele Nährstoffe für die andere Pflanze dann rauszieht. Aus dem Boden, was dann nicht so gut ist. Und wir haben die kleinen orange Bäume, also wo man dann gut rankommt zum Pflücken. Und die wären dann im Abstand von fünf Meter zu anderer Pflanze gesetzt. Genau, Hugo und der Juan misst jetzt nochmal alles ab. Und, ja, bloß immer die Kokosnuss. Das ist halt, wenn es windig ist. Also nicht in der Strasennähe, weil wenn es windig ist und die fallen irgendwann runter, das ist saugefährlich. Was wiegt so ein Kokosnuss? Ein Kilo? Vier, fünf, sechs Meter Höhe. Das tut schon weh. So, jetzt spannende Schnur. Und da kommen jetzt dann die Orangen- und Zitrusbäume hin. Jetzt hole ich die Drohne und dann fliegen wir mal mit der Drohne. Das sieht schon ganz anders aus jetzt, was so ein paar Pflanze ausmachen. Der Wahnsinn. So, das war unser letzter Drohnenflug. Bis jetzt. Jetzt warten wir mal ab. Bis jetzt schon. Ich bin hochgeflogen, dann kam ein richtiger Windstoß. Dann habe ich noch versucht, die Gegend zu lenken. Vorher sieht das noch. Auch das ist eigwindig. Und schuppt. Sie wissen immer alles besser, gell? Wenn es dann kaputt ist oder so, wissen sie alles. Auf jeden Fall ist sie unergeflogen vom Baum. Also in den Baum reingeflogen, an der Strasse. Und dann ist sie unergeflogen. Jetzt gucken wir mal, dass wir ein Satzteil kriegen. Müsste zu reparieren sein. Aber so ein schöner Tag und dann kommt sowas. Naja. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Jungen Wenn z ohne Einzute Zahl Dann bis zum nächsten Mal. Jungen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020